Ich habe vor zehn Jahren das Weingut von meinen Eltern übernommen und habe mir dadurch einen Kindheitstraum erfüllt, weil ich schon immer Winzerin werde. Ich habe 40 Hektare Fläche, die ich bewirtschafte. Weinbau wurde mir in die Wiege gelegt und wenn man selber Kinder hat, dann überlegt man natürlich, man will natürlich eine intakte Umwelt an die Kinder weitergeben und muss halt ihnen irgendwann eine Antwort stellen. Und deswegen habe ich mir überlegt, wie kann man umweltbewusst wirtschaften. Und wir haben investiert in Hackschnitzelanlage, in Photovoltaik, Solaranlage und vor allem im Weingarten versuchen wir so nachhaltig wie möglich zu arbeiten. Also Handarbeit ist sehr wichtig, weil die Qualität wächst im Weingarten und wir versuchen keine Insektizide, keine Herbizide, nichts zu spritzen, sondern so biologisch wie möglich zu arbeiten. Ich finde, man muss die Ziele immer sehr hoch stecken, weil man muss immer das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Und auch ich will in unserem Betrieb schauen, dass wir so klimaneutral wie möglich arbeiten.